Steht unser großes System-Collaps bevor? Was hat das Ganze mit der GameStop-Aktie zu tun und mit dem US-Broker Robinhood? Das und viel mehr wirst du jetzt in diesem Video von uns gleich erfahren. Hallo und herzlich willkommen auf Finance Coach. Mein Name ist Pascal, an meiner Seite ist Mirko. Und heute zum Wochenstart haben wir natürlich wieder ein richtig tolles Thema, Mirko. Ja, vor allen Dingen System-Collaps. Klar, schon etwas provokant gewählt, aber ich glaube, die Sache ist doch recht ernst, das System scheint zu wackeln. Ja, natürlich wegen der GameStop-Aktie bzw. dessen, was dahinter steckt. Da steckt natürlich noch viel, viel mehr drinnen. Aber die Aktie haben wir ja schon in vier weiteren Videos besprochen, die wir euch gerne hier verlinken. Wenn ihr also noch nicht wisst, was es damit auf sich hat, schaut euch gerne die Videos zuerst an. Aber auf jeden Fall müssen wir darüber sprechen, was dieser Short-Squeeze, Gamma-Squeeze, was auch immer alles passiert ist mit GameStop hier, was das für Auswirkungen im Hintergrund hat auf Broker, auf Banken, auf die ganze Infrastruktur im Hintergrund und was das eben für Auswirkungen auf unser gesamtes Finanzsystem hat und dass das tatsächlich zum Kollaps führen könnte und dass wir da schon kurz davor waren, Mirko, letzte Woche Donnerstag eigentlich. Ja, vor allen Dingen, hier wurden enorme Verluste verzeichnet und ja, schön, dass du es einblendest. Also wirklich exorbitante Verluste, die natürlich auch gefüllt werden müssen. Also die muss ja auch irgendjemand bezahlen. Ja, das ist ja alles ein Nullsummenspiel, wie wir wissen. Hier wird ja kein Geld vernichtet oder erschaffen. Hier sind also 70 Milliarden von einer Tasche in irgendeine andere Tasche gewandert und die Leerverkäufe, die diese 70 Milliarden verloren haben, die liegen jetzt einfach woanders. Die Frage ist einfach, wo? Und darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen, wer diese 70 Milliarden denn tatsächlich realisiert hat. Aber bevor wir da hinkommen, müssen wir erstmal schauen, was letzte Woche dann passiert ist an diesem Donnerstag, als diese Kurskapriolen schon auf dem Höhepunkt waren, als die GameStop-Aktie an die 500-Dollar-Marke gekommen ist und dann rapide abgestürzt ist, wegen der Nachricht, dass der Anleger bzw. die Trading-Plattform Robinhood für ihre Anleger Restriktionen auferlegt hat. Das hat zuvor ja auch Interactive Brokers getan und Robinhood hat hier mitgezogen und hat gesagt, man kann ab jetzt keine Aktien von GameStop mehr kaufen und auch viele andere Aktien, die eben stark leer verkauft waren, konnte man entsprechend nicht mehr erwerben und sozusagen diesen Short Squeeze dann hier nicht mehr weiter treiben. Und da sehen wir das Ganze mal in dem Artikel aufgelistet, welche Firmen man dann am nächsten Tag plötzlich wieder handeln konnte, aber eben nur noch ein Stück besitzen konnte. Also quasi witzlos, weil man also faktisch eben hier diese Unternehmen weiterhin nicht handeln kann bzw. eben nicht besitzen kann. Diejenigen, die die schon im Depot hatten, für die ist das kein Problem, die müssen jetzt die Bestände nicht veräußern, aber es konnten keine weiteren Stücke eben hinzugekauft werden. Woran lag das, Mirko? Was ist der eigentliche Hintergrund dieser Regelung? Ja, die Restriktionen waren halt dafür gedacht, um das Risiko rauszunehmen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die haben halt dazu geführt, dass halt zum einen ist die Marge schon wahnsinnig angehoben worden. Dann konnte jeder nur so und so viel Stück an Aktien kaufen. Also das Problem ist, die haben die Retailer von der Sache her hier aus dem Rennen genommen und haben, ich möchte es in Anführungszeichen sagen, schon den Markt etwas manipuliert. Das heißt, das, was man eigentlich gewohnt war, die Stückzahlen, die man kaufen konnte, um Position zu hedgen oder zu managen, könnte man dann plötzlich nicht mehr tun. Und das sicherlich unter dem Deckmantel des Anlegerschutzes oder Schutz der Retailer. Aber ich glaube, da steckt etwas mehr dahinter, Pascal. Das müssen wir uns auf jeden Fall anschauen. Jedenfalls diese Kursbewegung. In der Spitze waren es über 75%, die die GameStop-Aktie am Donnerstag vom Hoch zum Tief hingelegt hat. Dann ist sie wieder angestiegen, hat hier nochmal 170% bzw. hier zum nachbörslichen Schluss sogar über 190% wieder zugelegt. Also eine extreme Volatilität, extreme Schwankung, die diese Aktie hier hingelegt hat. Und das hat auch dazu geführt, dass natürlich viele Händler, die eben hier diese Aktie besessen haben, hier enorme Schwankungen im Depot hatten. Das sehen wir zum Beispiel hier bei dem YOLO-Update, wie es genannt wird von den Wallstreetbets-Leuten. Von eben hier diesem einen Händler, der ja schon sehr lange seine Position, schon seit über anderthalb Jahren postet. Der ja auch mal mit 59.000 Dollar begonnen hat, dann mal 30.000 Dollar hinten lag, belächelt wurde, weil er immer noch daran festhält und glaubte, dass dieser Trade noch sinnvoll ist. Und jeder sagte ihm, schließ die Position, realisiere deine Verluste, akzeptiere das, bevor du alles verlierst. Naja, und inzwischen hatte er dann schon über 40 Millionen Dollar auf dem Konto. Wenn man sich die Position vom Donnerstag anschaut, sieht man, er hat hier 14 Millionen Dollar an einem Tag eingebüßt. Als Buchverlust natürlich, er hat sie nicht realisiert, er hat weiterhin nichts verkauft. Und am Freitag stand er dann schon wieder auf einem höheren Level bei 46 Millionen Dollar insgesamt. Also das ist natürlich gigantisch. Und natürlich alle, die hier diesen Wallstreetbets-Thread verfolgen, die werden entsprechend hier weiterhin eben ihre Position halten, solange dieser Großtrader, beziehungsweise der frühe Investor, entsprechend hier seine Position auch nicht signifikant abbaut. Zumindest sieht es so aktuell danach aus. Und trotzdem gibt es auch immer wieder Beiträge auf Wallstreetbets, die ganz interessant sind, weil sie auch ein bisschen in die Tiefe graben. Und einen davon müssen wir uns hier mal anschauen. Und da geht es eben darum, warum tatsächlich der Handel ausgesetzt war. Und da müssen wir diesen Rückgriff auf Robinhood, auf diese Handelsplattform eben wieder machen. Denn das Pendant zu Robinhood, das gibt es ja auch in Deutschland. Ein bisschen anders sieht es aus, aber Trade Republic ist ungefähr vergleichbar damit. Wir zahlen hier zwar 1 Euro Transaktionsgebühren, dort ist es wirklich kostenfrei, der Aktienhandel. Und dort muss man auch sagen, kann man auf Margin handeln. Also man kann wirklich mit Kredit handeln. Bei uns geht das nicht, aber es ist vergleichbar daher, dass man eben nur mit dem Smartphone handelt bei Trade Republic. Und das hat eben auch hier zur Überlastung geführt, weil so viele Kleinanleger plötzlich die GameStop und andere Aktien kaufen wollten, weil sie von diesem Hype profitieren wollten, was zum Ausfall der ganzen App geführt hat. Und dann hat man sich eben auch entschieden, diese Restriktionen zu erlassen und die Käufe dieser hoch leerverkauften Aktien entsprechend zu unterbinden. Und das hat natürlich zu einem extremen Shitstorm von Trade Republic geführt. Und das hat man jetzt auch wieder rückgängig gemacht. Beziehungsweise eben die Aktien wieder zum Handel zugelassen. Die Frage ist, warum haben die das überhaupt erlassen? Was ist denn der eigentliche Hintergrund, Mirko? Das Problem ist ganz einfach, gerade Robin Hood unterhält ja seine eigene Clearingstelle. Und damit halt das Geschäft ordentlich abgewickelt werden kann, gibt es halt gewisse Margin, gewisse Clearings, die halt dafür sorgen, dass jeder sein Geld bekommt. Und ja, normalerweise funktioniert das halt hervorragend. Aber gerade die Broker mit dieser schlanken Struktur, also die sind halt noch nicht so lange im Markt, haben noch nicht so die Erfahrungen. Die sind natürlich dann etwas unter Druck gekommen. Ja, absolut. Denn normalerweise ist bei dieser Clearingstelle, die also die Abwicklung vornimmt für die ganzen Aktientransaktionen, die Margin so 1 bis 3%. Das heißt, die garantiert einfach, dann nimmt sie eben das Risiko auf sich und sagt, wir garantieren die Abwicklung. Jeder erhält sein Geld, jeder erhält seine Aktien. Und dann ist diese Transaktion auch durchgeführt nach spätestens zwei Tagen. Jetzt ist ja das Problem, dass hier so viele Leerverkäufer unter Druck kommen. Und wenn die nachher nicht mehr zahlen können, hat die Clearingstelle ein Problem, wenn sie nur so wenig Sicherheiten verlangt in Höhe von 1 bis 3%. Also was hat die plötzlich gemacht? Die hat für die GameStop-Aktien die Margin Sicherheitsleistung auf 100% erhöht. Das heißt, man musste also diese Aktien sofort voll einbezahlen und hat dieses Geld auch frühestens nach zwei Tagen wiederbekommen, wenn diese Transaktion dann abgewickelt war. Und das bringt solche Neo-Broker wie entsprechend hier Robinhood extrem unter Druck, weil die diese Margins gar nicht haben, nicht leisten können. Und genau deshalb mussten sie eigentlich den Handel einstellen und wegen nichts anderem und nicht wegen der Gerüchte. Citadel steht im Hintergrund und die finanzieren ja auch die Leerverkäuferfonds. Das mag vielleicht mit ein Grund gewesen sein, aber das ist definitiv einer der Gründe, würde ich mal sagen, warum hier Robinhood wirklich in Bedrängnis kommen kann. Insbesondere, wenn man hier halt eben das Ganze weiterspinnt und weiterspekuliert wird und entsprechend hier diese Margins nicht geleistet werden können. Es sogar zu Ausfällen kommt, das heißt, entsprechend Aktien nicht mehr geliefert werden können oder Gelder nicht mehr bezahlt werden, weil die Clearingstelle ausfällt, beziehungsweise Robinhood selbst ausfällt, die ja ihr eigenes Clearing machen. Und das würde dazu führen, dass tatsächlich dann auch Aktionäre, die eigentlich GME-Aktien in ihrem Depot erwarten, doch gar keine Aktien verbucht bekommen haben und sozusagen leer ausgehen. Sie haben das Geld bezahlt, das ist ja weggebucht, aber sie haben keine Aktien eingebucht bekommen. Und das ist natürlich ein extremes Risiko. Und wenn das sich rumspricht und wirklich groß wird, und die sind ja eh schon sauer auf Robinhood, dann kann es sein, dass es einen Massenexodus gibt von diesem Broker, die natürlich noch weniger Gelder zur Verfügung haben, um ihre Margins zu leisten. Die haben jetzt schon einen Nachschuss bekommen von ihren Finanzierern, damit sie überhaupt in der Lage sind, diese Marginleistungen wieder zu erbringen. Aber ich sehe nicht kommen, dass wir so schnell zu einem regulären Handel hier zurückkommen, von diesen volatilen Aktien, die gerne von Kleinanlegern hier gehandelt werden. Das Problem ist ja auch, wenn die Jungs ihr Geld abziehen und zu anderen Brokern wechseln, dann kommt Robinhood noch mehr unter Druck. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum die die Restriktionen dann teilweise mal wieder aufgehoben haben oder zumindest gegen anderen überkommuniziert haben, dass sie sich nicht mehr daran halten können. Jetzt haben sie wieder eingeführt, dass sie halt die ganze Sache beschränken. Aber wenn die ganzen Träder abwandern, dann haben die auch ein Problem. Absolut. Spannend finde ich aber auch den Fakt, dass hier der Gründer von Interactive Brokers, Thomas Petterfee, in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung so ein bisschen hinterm, nicht ganz hinterm Berg gehalten hat, aber er hat so eine Sache herausgelassen, wo ich ganz persönlich interessant fand, weil das eben darauf abhebt, dass vielleicht gar nicht die Kleinanleger für diese ganze Sache verantwortlich sind, die das losgetreten haben. Denn auch bei Wallstreetbets tummeln sich ja durchaus Leute, die ein bisschen Ahnung von der Materie haben. Die sind vielleicht in der Minderheit, aber die treten manchmal gerne sowas los. Und hier hat er eben die Vermutung geäußert, dass das gar nicht im größten Sinne die Kleinanleger sind, die das fahren, sondern dass das tatsächlich Profis sind, dass das echte Hedgefonds sind, die das gestartet haben und im Hintergrund gegen andere Fonds hier diese Rallye gestartet haben, um die unter Druck zu bringen und denen sozusagen ihr Geld abzuknöpfen. Und das finde ich mal eine ganz interessante Story, weil er muss es ja wissen. Er hat ja Einblick in das, was sein Broker macht, Interactive Brokers. Das heißt, die wissen ja, wer hat welche Position, wer ist wie engagiert. Und da weiß er ja sicherlich mehr als wir von außen. Und deshalb kann ich da schon sagen, das ist ein bisschen verklausuliert ausgedrückt für, er weiß das, dass das so ist. Und ich finde das ganz spannend, dass er das halt hier auch im Interview angebracht hat, dass er nicht glaubt, dass das die Kleinanleger waren, sondern dass das tatsächlich große Profis sind, die das nutzen und vielleicht nur die Kleinanleger vorschicken, die jetzt in der Presse eben den Shitstorm ernten und herhalten müssen für, ihr seid dafür verantwortlich, wenn das ganze System kollabiert. Und das mit diesem Systemkollaps, das ist gar nicht so weit hergeholt, weil das Problem ist ganz wirklich, fällt zum Beispiel Robin Hood aus, dann zieht es natürlich auch andere Broker mit, weil auch Interactive Brokers hat natürlich Probleme oder brauchen natürlich die Sicherheit, dass sie ihr Geld bekommt, weil das kann ein Rattenspanns nach sich ziehen, dass halt wirklich einzelne Broker oder auch miteinander die Broker sich gegenseitig gar nicht mehr trauen und dann kann das schon ein Auslöser einer Lawine sein. Absolut. Und vor dieser Lawine wollten wir euch mit diesem Inhalt warnen. Ich hoffe, wir konnten das tun. Gebt uns unbedingt einen Daumen hoch, wenn es euch was gebracht hat und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.